Ein Liebesbeweis, der bleibt. Seit Februar 2020 gehört Sarah Lombardis Herz einem neuen Mann. Ihre Beziehung mit Fußballer Julian Büscher macht die schöne Sängerin aber erst im Mai öffentlich. Doch nach dem Liebesouting geht plötzlich alles Schlag auf Schlag. Denn nur einen Monat später zieht das frisch verliebte Paar schon in seine eigene Wohnung. Sarahs erste Aufnahmen aus ihrem neuen Heim beweisen. Im Hause Lombardis Büscher geht es harmonisch und liebevoll zu. Für diese schönen Momente bedankt sich Julian jetzt auf seine ganz eigene Weise. Zum ersten Mal überhaupt postet der Sportler ein Pärchenbild mit seiner Sarah auf seinem Account und beschriftet es mit liebevollen Worten. Dankbar für dich in meinem Leben. Wie romantisch. Die 27-jährige Ex-DSDS-Teilnehmerin antwortet nur wenig später selbst auf die Liebeserklärung ihres Julians. Das Beste, woran man sich im Leben festhalten kann, ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Immer an deiner Seite, schreibt sie schwer verliebt. Da scheinen sicher zwei gefunden zu haben. Auch Ex-Mann Pietro Lombardi scheint mit dem neuen Partner seiner Verflossenen zufrieden zu sein. In einer Instagram-Fragerunde erklärt der Senorita-Sänger kürzlich, Passt alles, muss ja, er lebt mit Sarah und meinem Sohn, heißt, man sollte versuchen, sich gut zu verstehen. Na, dann steht Sarahs lang ersehnte Liebes-Happy-End ja nichts mehr im Wege.